Was nun als nächstes? Wir kommen hier schnell voran. Fenster müssen natürlich rein. Da muss Glas raus. Window. Fenster. Glas. Farbiges Glas? Warum nicht unbedingt? Weiße Glas? Vielleicht macht das alles so ein bisschen... Ne, was habe ich jetzt hier gemacht? Okay. Erstmal hier die Fenster zu. Ja, da kommen dann sowieso Baumstämmer dran. Wenn ich das richtig denke. Die Lücken die da noch sind. Da kommen Stämme rein. So würde ich das sehen. Sehr schön. Und dementsprechend muss dann auch hier die Lücke gefüllt werden. Erstmal die Baumstämme hier. Solche Muster natürlich auch. Nicht die weiße Glas Scherbe, sondern das hier. Schwarz Eiche war das nicht. So etwas anderes. Das war Fichtenholz. Da kommt Schwarz Eiche her. Das ist ja. Sehr schön. So, Baumstämme. Nein. Nein. Ja, genau so. Tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt Ganz sechssicher bin ich dann bei den meisten, die dann doch nicht, sind fein, darf ich es meistens mitzusehen. Manchmal mache ich es trotzdem, dann wird es lustig. Das sieht doch jetzt schon super aus. Ok, hier soll ich glaube ich eine Tür rein, ganz korrekt. Dementsprechend hier auch noch, jetzt können wir ihn direkt packen. Dann haben wir den Boden gemacht. Einen 2. Nehmen wir diese hier. Treppe suche ich hier zum bauen. Und zwar aus Holz, aus diesem Holz. Weihnachten sind schon toll. Finde nicht. Ich glaube das muss da andersrum oder? Ne, passt schon so. Ne, ich glaube das geht nach innen weg. Das sieht dann doch besser aus. Genau. Bärs and Bärs and Bärs. Bärs and Bärs und Bärs und Bärs. Untertitelung des ZDF, 2020